Abelio bringt frischen Wind nach Mitteldeutschland. Ab Dezember 2018 fahren 54 neue Dieselzüge durch Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge vom Typ Coradia Lind des Herstellers Alstom. Die verbrauchsarmen Züge bieten Reisenden den Komfort, den sie von Abelio gewohnt sind. Wir haben auch eine Menge Limts hier im Raum Braunschweig im Einsatz, von daher sind wir von der Qualität dieses Fahrzeugs absolut überzeugt. Im Alstom-Werk in Salzgitter wurde jetzt ein Fahrzeug vorgestellt. Der Zug ist auch für mobilitätseingeschränkte Personen leicht zugänglich. Außerdem bieten die Züge WLAN und eine großzügige Sitzanordnung mit Tischen für Laptops. Für ein angenehmes Ambiente sorgt ein innovatives Lichtsystem. Wir reden hier über Beleuchtungsaspekte, die es sonst nicht gibt, beispielsweise in den Gepäckablagen. Da beleuchten wir die Glasfläche von der Seite. Das sieht so aus, als wäre das von innen. Oder auch Glasternenwände, die sehr indirekt beleuchtet sind. Die lassen es nochmal sehr edel aussehen. Das hat man sonst nicht in Zügen. Ich bin eigentlich wirklich überrascht. Ich kenne ja viele Züge von den Zeichnungen her. Man hat Vorstellungen. Aber das, was ich jetzt hier erlebe, ist wirklich einmalig. Diese, ich sage mal, emotionale Oberfläche des Zuges, bestehend aus dem Polster, den Farben, die ist einfach genial. Für den Betrieb der Züge benötigt Abelio auch neues Personal. Das Unternehmen setzt hier in erster Linie auf den regionalen Arbeitsmarkt. Im Dieselnetz Sachsen-Anhalt wird Abelio jährlich rund 9 Millionen Zugkilometer fahren. Auch Rüdiger Malter vom Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt freut sich auf die neue Fahrzeugflotte. Wir haben bewusst die bisher zersplitterten Teilnetze zu einem großen Dieselnetz Sachsen-Anhalt zusammengelegt. Wir haben hier eine einheitliche Fahrzeugflotte, eine moderne Fahrzeugflotte. Und ich denke, da werden alle von profitieren. Insgesamt wird Abelio mit den neuen Modellen 16 Linien in Mitteldeutschland bedienen. Die ersten Dieselzüge werden ab Dezember 2018 durch Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen rollen.